So, willkommen bei der Wobbelparty Phasmophobia, hier ne, Wobbelparty wegen diesem geilen Knicklicht. Mit dabei wieder die Fummelhummel und der Tobi. Mit Kaffee? Mit Kaffee, ich hab keinen Kaffee, ich mach mir dann nach dieser Runde, nach den nächsten beiden Runden, je nachdem wie lange das jetzt dauert, Kaffee. Und... Machen wir doch jetzt einen Kaffee? Ne, alles gut. Aufnahme läuft, ich mach mir gleich mal Kaffee. Könnt ihr euch mal kurz reinziehen, was das Fummelhummel hier durchgezogen hat, und zwar hier vor der Tafel könnt ihr mal diese schöne Farbpalette durchgucken, was euch gefällt. Was zur Hölle? Was? Ihr könnt hier jede Farbe nehmen. Ich weiß. Einfach mit ihr an die Wand werfen, die bleiben dann, wenn ihr gerade vorne dran steht, ploppen die kurz gegen die Wand und dann bleiben die aufrecht stehen. Ja, dass man die aufnehmen konnte, wusste ich, aber ich hätte mir nie die Mühe gemacht, die da hinzuwerfen. Ich hab mir gerade gedacht, so, yo, ich könnt sie ja noch farblich sortieren, so. Aber dann hab ich es gelassen. Warte, hier liegt noch eine, bevor wir jetzt auf Start klicken, die muss da auch noch hin. Ja, und dann bin ich rumgelaufen und hab geguckt, mit was man noch so hinbegieren kann. Mit fast allem. Von dem Kleinstzeug mit fast allem. Alter, du hast echt keine Hobbys. Was? Ja, ist ja auch, ist ja auch egal. Okay, können wir? So, ich find's übrigens cool, dass man da sehen kann, worauf man alles einpackt mitnimmt. Das liegt nämlich alles auf dem Schrank drauf. Ja, Lukas entdeckt Phasmophobia. Hummelhummel entdeckt Phasmophobia. Obwohl, das ist schon wieder 2 Uhr, ich mach mir keinen Kaffee mehr. Boah, siehst so hässlich aus. Und jetzt musstest du jetzt gucken, in dem du... Wir haben keinen Thermometer mit. Oh, schweiß. Bewährungssensor? Äh, ja. Das heißt, wir müssen jetzt auf die altmodische Taktik den Geist finden. Linda Harris. Mit dem EMF-Reeder müssen wir den jetzt suchen. Ja, das ist das alte. So, Tür auf. Ja, komm mal rüber, ja. Ich hab das Buch und... ...das Radio und Gerät. Das heißt, wir müssen den Geist jetzt provozieren, um ihn zu finden. Das wisst ihr schon, ne? Ich bin voll dabei. Linda Harris. Linda Harris. Linda Harris. Wow, wenn wir auch... Bist du hier? Linda Harris, zeige dich. Linda Harris. Bewege Dinge. Was machen Sachen? Ich hab' mal... Bist du wieder in dem Dings, in der Garage? Wahrscheinlich. Alter, warte, du hast ja Gruselbilder, ey. Ja, kein Wunder, dass man hier zum Geist wird. Linda Harris. Linda Harris. Wo bist du? Linda Harris, zeige dich. Mach' mich bitte. Tipp' Sachen um, wirf' Sachen durch die Gegend. Linda Harris, mach' was. Töte jemanden oder so. Ey, Alter, mach' noch etwas. Natürlich. Ich bin這裡 ein Klimat. Tobi war auf dem Klo. Tobi war auf dem Klo. Verlacht eine dicke Wurst, Alter. Wer hat denn jetzt gespült? ja ich, da war ne Wurstklo Linda Harris das kam grad echt komisch rüber weißt du Linda Harris bin ich um oder finde ich die Garage einfach nur nicht? du gehst in die Küche und dann nochmal rechts hier ist die Küche, ach da dann da rein ah ja, deshalb konnte ich es nicht sehen ich war nicht in der Küche von außen sieht man doch wo die ist ich hab keine richtige Taschenlampe dabei ich hab nur diese eine hier, diese UV ne UV wie ist das nochmal? Schwarzlicht, Mann ja, aber ich kann nichts hier ist was was denn? irgendetwas raschelt hier würd sagen der Fernseher welcher Fernseher? der hier wir hatten den angemacht kommen wir wieder aus alter jetzt hab ich auch was gehört hier das war auch ich Mann, hör doch auf Geräusche zu machen linda Harris boah, aber es geht hier ab planlosigkeit planlosigkeit würd ich behaupten ich versuchte hier in den Schrank zu laufen aber es passiert nichts linda Harris alles du olle foot ey, was bringt uns das ohne scheiß Thermometer hier lang zu laufen du olle foot na, da kommen sie schon zurück was was sind denn überhaupt unsere Aufgaben entdecken sie stellen sie die Anwesenheit des Geistes anhand eines Bewegungssensors Kruzifix und Salz alles haben wir nicht komm, lass uns nach Hause fahren und die scheiß einpacken mhm na klar wir haben das Zeug doch obwohl ihr müsst neu shoppen gehen eigentlich hab ich Salz hinzugefügt also ok, es war ein Banshee, cool herzlichen Glückwunsch ne, du musst alles immer hinzufügen nochmal neu guck hier so, ich hab jetzt alles hinzugefügt wir haben jetzt Thermometer ja, haben wir starke Faschendampe, Räucherstäbchen Sanitypillen Salz Fotoapparat Feuerzeug Knicklicht Videokamera UV-Licht Geisterbox, Geisterbuch und Faschendampen so Leute, jetzt haben wir ein Problem ja Asylum Prison oder Highschool oh ne, echt jetzt? ja Highschool ist das kleinste Highschool obwohl Asylum hört sich eigentlich auch Asylum ist nicht cool da verläufst du dich drin wenn du keinen draußen stehen hast der dir die Karte erklärt und sagt wo du lang gehen musst ok verläufst du dich so, haben wir jetzt alles ja cool Highschool das kann jetzt eine Stunde dauern das wisst ihr ne lange Runde ja alles klar ja die Folge heißt auf jeden Fall erstmal wir haben gar nichts wow ach guck mal, schöne Sachen hier nimmt das Thermometer nehm ich mit das wichtigste müssen wir sofort mitnehmen und da lassen oh da ist auch runter gefallen ich hab den EMF-Reader das Radio müssen wir sofort mitnehmen den Dots-Projektor ne Kamera ne Videokamera ne Videokamera muss einer mitnehmen ja ich hab den Dots-Projektor und die normale Fotokamera ich hab das Thermometer wie immer und den EMF-Reader gut, hat jeder das Inventar komplett voll? ja ich hab das Buch eine Videokamera und die normale also die UV-Taschenlande oder wenn der Geist hier handelt ist das ziemlich einfach einfach alles ausmachen und durch die Gegend laufen der Geist ist meistens langsamer als einer selbst lasst mal aber auch zusammenbleiben oder? ja links oder rechts? wir gehen erst links ich würd schon sagen ich glaub wir sind paar Meter hinter euch alle ihr seid jetzt gerade einer nach links oder nach rechts Sporthalle das typische wir bleiben alle zusammen und alle rennen in verschiedene Richtungen ja man wo ist'n der Luca? ich steh' euch also oh alter bist du hell gut wir gehen hier raus und dann arbeiten wir uns wieder zurück ihr? raus ist gut ah da drüben ah Umkleidekabine mit Basketball hier sind's nur noch 15 Grad drin jetzt 19 16 ey ich hoffe der Geist ist einfach wieder im fucking Klassenzimmer 14 18 15 können wir jetzt endlich mal raus oder was? jaja Telefon ich sehe nicht wo ist das? das hat sich komisch angehört ist hier ein Telefon? ja aber das ist das nicht doch ne das ist zu warm hier drin ach der Explosivraum der was? der was? ach so ja Bro ach wo seid ihr hin? oder? ja hier hier warte 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 hier war's grad 13 Grad 14 der könnte hier sein ich brauch Bestätigung ist die Schule überhaupt noch in Nutz? wenn weh gerufen werden geh ich mal nicht davon aus doch das wird die alte Lehrerin man ja das sowieso die hat halt wegen Klasse 9a selbst noch begangen weil die halt so schlimm waren ey wenn die gleich hier irgendwo hängt Alter hier ist das auch so kalt drin hier ist sie nicht die kann hier irgendwo hängen? der die das? nein kann sie nicht das wär's man wenn einfach die Leiche noch her umhängt aber es gibt auch noch ein Obergeschoss das ist das Problem das heißt der Geist der Geist könnte schon auf uns losgehen bevor wir überhaupt wissen wo der ist boah ich seh einfach nichts mach deine Taschenlampe an ja die bringt nur nicht so viel was machst du da? wohin? da hinten war ein Licht ich wollt gucken was das ist ne Laterne von draußen? ei boah ich wollt schon immer mal aus dem Mädchenklo wo auch Piss was hängen alter so hat hier wieder Prügel gemacht der Klaus rum ist ja geil boah wisst ihr was richtig cool wäre? warum machst du überall Lichter? weil so ist nicht nicht packt vielleicht den Geist ein bisschen ab nicht nicht an an tot leben tot leben tot leben tot leben tot leben tot leben tot 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 so wie viel Zeit haben wir bevor er aktiv wird? 5 Minuten und die sind in 2 Minuten um weil weißt du was? weil ich nen Timer laufen hab damit ich weiß wie lange meine Aufnahme schon ging hier ist er auch nicht also die Taschenlampe also die Kamera läuft seit 2,5 Minuten also ich würd sagen wir haben noch 2,5 wo ist er denn jetzt? seid ihr denn auch oben oder? im nächsten nein wir sind in den nächsten Klassenraum gegangen ich zumindest hier naja ach Mensch hier ist es auch verdächtigst kalt drin oder? oh Mensch ist mein Fuß eingeschlafen das liegt bestimmt am Geist meine Muschi brennt ich glaub man liegt auch am Geist ach dann solltest du vielleicht mal den Sand ausklopfen achso was Sand denn? wahrscheinlich wenn sie brennt erstmal einen Kaffee ne hier auch nicht eilmittel die Musch brennt Kaffee weh hier muss ein Scheißhaus sein wir waren schon im Scheißhau und jetzt einmal rechts rum das ist der Ausgang nein nein also rechten Flügeln ach Sporthalle ole ole wir sind dabei tanze Samba mit mir oh das hier sieht doch nach nem Geisterraum aus Alter tanze Samba die ganze Nacht tanze Samba mit mir so warm hier dran weil die Samba uns glücklich macht liebe 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 liebelei tanze Samba mit mir tanze Samba die ganze Nacht was ist im Auge Allah hier könnte so sein Allah Morgulis Allah da stimme ich dazu oh 0,9 Grad hier hab ihn gefunden wo? in seinem Lieblingsraum da wo er auch war hier da wo er auch war da wo er auch war als wir mit Anna hier waren ach das ist dein Ernst ja oh nö da kann ich nur entgegnen Vala Doheres mein guter ich sagte Allah Morgulis nicht Vala so war jetzt dieser Raum hier wo wir jetzt drin waren nicht richtig doch wir holen neue Sachen hier wurde ich umgebracht wo bist du denn? äh ich bin zur Seitentür raus boah schreckt mich alt man wir können da unseren ganzen Bums aufbauen weil der Geist da ist äh äh hier ist äh irgendwo Telefon läutet ein Telefon? ja so was sind eigentlich unsere Scheißaufgaben Geist durch Salz wandern lassen Geisteszustand Wert unter 25 machen sie ein Foto vom Geist so ich leuchte mal den Raum ab vielleicht finde ich ja Fingerabdrücke aber mal nachdenken wo war das jetzt? äh ähm nimm doch einfach den äh den Eingang den wir gerade genommen haben Ausgang als Eingang boah wo ist der Lichtschalter man bist du noch bei ihrem Zimmerchen? ne da tanzt er noch mitten rum bin ich da gerade nur auf dem Weg okay jetzt hab ich ja alles klar jetzt hab ich auf den Geisterraum aha warte ich stell mich mal vor die Tür und leuchte mal okay also der Geist ist bestimmt noch im Lehrerzimmer und trinkt den Kaffer da wollen wir doch mal hoffen Gefriertemperaturen ist unser erster Hinweis so ich weiß nicht wo jemand von euch kommt der Geist ist auch mit mir im Zimmer drin ah hier drüben bin ich das ist das falsche Zimmer der Geisterraum ist hier au ja der steigt auch der Pegel boah jetzt hab ich doch tatsächlich die ganze ganze Fahrtschitz immer abgeleuchtet man ihr habt keine Ahnung wie groß dieser Raum war auf dem gerade war man glaub ich der Speisesaal oder so komplett abgeleuchtet das scheiß Ding also wir haben Gefriertemperaturen das ist unser erster Hinweis ja ich hab schon eingekommen okay boah das ist viel zu hell pf was ist viel zu hell? boah wenn ich die ganze nur dieses lilane Licht hier hab dann die Taschenlabel anmachst nein das ist schon mal geöffnet das ist tödlich so die Tür so wie die Lehrerin auch nichts keine Fingerabdrücke hier auf dem Telefon vielleicht aber das kann ja auch sein dass sie einfach noch nichts angefingert hat nein ich fange nur die ganze Zeit unten rum oh jetzt hab ich Gänsehaut du dumme Kuh Alter mein Headset durchgekommen eben die ist durch dein Headset durch von deinen zur anderen Seite die gruselige Plunze ey schnitt das? ach da Junge das ist schlimm ich will hier raus ich bin ein Star holt mich hier raus ach das ist Lukas der da rumrennt ich dachte wir haben Geister auf aber nein das ist nur Lukas Entschuldigung ja ich versuch gerade irgendwo einen Platz zu finden weil ich die Kamera hinbekomme also find such doch erstmal die Kamera die ich platziert hab Andre wir suchen doch die ganze Zeit den Geister er ist schon da ja ja Lukas wow wir haben keine Stative mit das ist das Problem ja deswegen muss man irgendwie einen Platz finden wo man die Kamera hinlegen kann keine Ständer ne keine Ständer ich habe heute leider keinen Ständer für dich boah boah alter das ist ein Abfuß die müsstest du deiner Freundin mal bringen wenn die richtig rallig ist wenn die richtig rallig ist dann sagst du einfach ich hab heute keinen Ständer für dich ah da liegt die Kamera da ist die Kamera ich hab sie gefunden ja durch diese Kamera weiß ich auch dass wir keinen Geister aufhaben ach so die Olle ist schon fleißig durchs Salz gelatscht ja ich schon gemerkt ja ich schon gemerkt kannst du mich hören wie alt bist du willst du uns hier redet die auch mit Leuten die zusammen sind Robi die Personen die alleine sind zu antworten ok cool hier schenk ich dir boah natürlich natürlich komm ja renn weg kein Problem verpiss dich guck mal ich leg dir sogar den EMF wieder hier hin das heißt sobald sie aktiv wird ne weißt Bescheid gib mir mal eben die Taschenlampe zum Durchleuchten die lila ne genau die ah Arschgeige ab ab damit du es gemütlich hast stelle ich dir noch ne Kerze hin ganz großartig danke dafür bin ich echt froh kannst du mich hören ööö hei allo wie heisst die alter komm mal rum auf ich hab die Kamera repositioniert Bisschen mehr Respekt, Alter. Jetzt die ETFG-Firma, also ein bisschen mehr Respekt. Stramm gestanden, Augen geradeaus. Ja, ich hab mich festgefahren. Einmal mal sagen, was die Alte hier macht. Bist du hier? Ist doch schon gruselig hier draußen, was? Dass hier draußen noch eine Schule ist eigentlich... Ja, ne, hier ist sonst einfach gar nichts. Ja, deswegen. Also, die Aktivität ist halt bei Null. So, wie heißt sie denn? Lass mal ein bisschen abfacken, die Gute. Susan Thompson. Susan Thompson. Susan Thompson. Susan, komm. Ich weiß, was sie hier will. Musst du mal fragen, ob sie ficken will. Oh, ja. Oh, das hat ihr nicht gefallen. Warum? Susan Thompson. Was macht die? Ich hab sie gerade gehört. Okay. Scheint vor dir demnächst aufzutauchen. Lukas. Da war die gerade. Lukas. Musst du fragen, ob sie ficken will. Genau da, wo du jetzt stehst, war sie gerade. Mach mal, frag mal. Ich hab kein Licht mehr, Mensch. Mach doch die Taschenlampe an. Einfach T drücken. Ich hab dir auch ne Kerze hingestellt. Ich hab dir ne Kerze hingestellt. Ich hab dir ne Kerze hingestellt. Ach, hat sie ausgepustet. Ja. Susan Thompson. Wird sie ficken. Susan Thompson wird sie ficken. Piepisch. Die Aktivität ist auch... Dingens. Machen sie ein Foto vom Geist. Haben wir eigentlich schon alles hingebracht, was wir hinbringen können? Ja, ne? Äh. Hummel, Hummel. Ja? Ich bring dir mal eben ein bisschen Medizin. Ansonsten rastet die gleich komplett aus. Die Tabletten musst du schlucken. Kannst du ne Taschenlampe mitbringen? Ja, nein. Also doch, ja, ich kann dir meine geben. Wenn du möchtest. Ja. Oh, ich hab da draußen irgendwie dich oder jemand anders rumlaufen sehen. Ja, ich. Susan Thompson. Hör mal kurz auf. Hör mal kurz auf. Hör mal kurz auf. Ohne Scheiß. Hier. Die Tabletten musst du schlucken. Aha. Mit Rechtsklick. Genau. Hier hast du meine Taschenlampe. Und ich such den Weg mit meinem Knicklicht jetzt hier raus. Und die Leichen auch. Kann dir auch leiten. Ne, alles gut. Hab schon. Aber warte mal, falls wir die Taschenlampe ausmachen müssen. Ich leg mal hier in die Ecke im Flur. Das Knicklicht. Dann wissen wir da links. Äh, rechts, Entschuldigung. Und dann geht's zum Ausgang. Susan Thompson. Bist du hier? Hier. Ich hab halt gar nichts mehr. Ich hab alles Lukas gegeben, was ich hatte. Der ist sehr jüri. Ich höre. Und ich werde alles behalten. Hey, Alter, willst du ficken? Also die letzte Minute war sie gar nicht aktiv. Geh mal eben Pipi machen. Ja. Susan Thompson. Komm und hol dich. Muss auf Klo. Bist du hier? Rede ich zu leise. Du musst noch ein bisschen mehr schwul reden. Susan. 10 Leute. 10. 10. 10. 10. 0. Susan Thompson. Red doch mal schwul. Susan Thompson. Susan Thompson. Fögel. Ja. Gibt's mir hart, Baby? Bist du hier? Ey, der Geist ist ja grad ein bisschen riot gegangen. Ey, Alter, bums mit mir. Kannst du mich hören? Ich glaube, ich weiß, warum wir sie nicht sehen. Hä? Die ist ein Powerpuff, Girl. Die ist einfach viel zu schnell. Oha, ja. Das muss sein. Äh, wie hießen die nochmal? Susan Thompson. Nein, ich meine die Powerpuff, Girl. Achso, ich weiß nicht, wie die heißen. Schlampen. Dann könnt ihr ja die rufen und nicht Susan. Schlampen. Warte. Susan Thompson. Hier. Hörst ihr an? Hallo. Oh, das ist Werbung. Das darf man nicht hören. Dann mach einfach lalalala oder so. Ich hab's ja gerade leise gemacht. Ich glaub, die Powerpuff Girls darf ich auch nicht zeigen. Nee, ich denk nicht. Egal, so ein bisschen geht. Zehn Sekunden, glaub ich, ist in Ordnung. Susan Thompson. Susan Thompson. Susan Thompson. Das waren die Ingredienste, um die perfekte kleine Mädchen zu schaffen. Aber Professor Utonium hat ein extra Ingredient in die Konkoktion. Chemical X. Blossom und Buttercup hab ich gehört. Die dritte hab ich nicht verstanden. Sechs. 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 Tobi, wie wärs, wenn du mal reingehst? Was? Bist du hier? Ja. Warum ich? Weil du von uns allen mit Abstand die höchste Dingens hast. Nein, hab ich nicht. Kannst du mich hören. Ja, sie wird nicht mit dir sprechen. Das kannst du knicken. Oh, das ist halt ne dumme eingebildete. Boah. Oh, die haben was ins Buch geschrieben. Ja? Ja. Daemon, Revenant oder Shade. Daemon, Revenant oder Shade. Bei einem Daemon hätten wir noch Fingerabdrücke. Bei einem Revenant hätten wir noch ein Geisterob, den haben wir nicht. Und bei einem Shade hätten wir noch EMF Stufe 5. Ja, da müssen wir halt noch gucken oder so. Ja, ich komm grad um nochmal Fingerabdrücke zu checken. Ja, mach das. Achso, ich hab dank dir ja keine Taschenlampe mehr. Ja. Ja, warte, die kann ich dir gerne geben. Äh, hier. Danke. Lampe, für dich. Ja, ich geh dann mal in den Heck zurück. Mhm. Seht ja wohl... Ah, da ganz hinten steht der. Ah, das ist dieser Raum. Ey, dann geht man zum Fenster kurz. Ja, ich weiß, man sieht ja uns. Ja, das ist voll cool. Boah, Alter, ey. Ich potze im Scheiß der Helfer. Und auch, auch von... Mh... Ins Gesicht ist ja doch nicht nur im echten Leben. Scheiße. Was hat die denn geschrieben? It hurts, help me. Wir sollen dir helfen. Ja... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ja keine Fingerabdrücke hier nirgendswo, ne? Mhm. Guck mal nochmal sofort nach, ähm... Geisterorb, ich mach mal eben DMF-Reader aus. Oh, scheiße, ich hab die Falschtaschenlampe weggeschmissen. Idiot. Alter, das geht durch Mark und Knochen, die Scheiße. Alter, was das für eine ranzige Karte. Da kann jetzt jemand anders reingehen und den anderen Ding ins Alter. Heieiei. Doch, die hat mir genau ins Ohr gepustet. Es muss ja dann eigentlich dieser Raum hier direkt neben dem anderen Eingang sein, oder? Ja, mit richtig, richtig viel Sabber. Weißt du, wie feucht mein Ohr jetzt ist? Pfff. Pfff. Hall. Hallo, könntet ihr euch bitte nicht alle da vorstellen? Danke. Können wir tun. So. So. Sobi hat 73%. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Du musst nur reingehen und den Dotz-Projektor ausmachen. Nein. Doch. Den brauchen wir nicht mehr. Der kann doch anbleiben. Nein, sonst sehen wir den Geisterorb vielleicht nicht, weil das fucking hell ist. So, keine Aktivität gerade. Wer hat eigentlich den EMF-Reader? Ist das Ding? Nein, das ist das Radio. Ja, komm. Dann lass uns wieder reingehen. Ich hab die Kamera. Mhm. Da hab ich schon mal gesagt, dass ich dieses Kamera-Prinzip in diesem Spiel voll geil finde. Weißt du, was ich voll geil finde? Ich hab heute Twitch Clips Germany geguckt und da war Kaya, der Jana und der hat das auch gespielt hier. Und der hat seinen Kollegen richtig, richtig verkauft. Der Geist hat gehuntet und der Typ ist weggerannt, Kaya hinterher und kam in den Raum rein und hat erstmal eine Geschichte erzählt, dass der Geist sofort dahin gegangen ist und seinen Kollegen gekillt hat. Nee, irgendwo. Äh, bei U2TV, da ist der Kaya im Fernsehen. Ja, der hat aber auch einen Twitch-Kanal und einen YouTube-Kanal. Oh. Aber... Ich hab den Dotz-Projekt da mal eingestylt. Mhm. Ich hab mal noch eine Kamera mitgenommen. Ich stell dich mal hier auf die Blume. Geht nicht. Fuck. So. Fingerabdrücke waren aber keine da. Geister-Op. Ja? Echt? Geister-Op. Alles klar, dann sind wir hier fertig. Das ist ein Revenant. Ja, wir müssen trotzdem jetzt in den scheiß LKW. Das Powerpuff Girls Intro ist ein Video for Kids und deswegen kann man es nicht minimieren. Ich dachte, diese wichtige Info wollt ihr vielleicht haben. Gut. Ich weiß ja nicht, wer so dermaßen auf die Powerpuff Girls steht, dass er das Intro jeden Tag hört. Zeig mal das schicke Orb, du. Der ist doch gar kein Geister-Op. Der Parker hat einer. Oh Gott. Was kriegst du mir so an? Da ist gar kein Geister-Op. Doch. Nein. Das siehst du nur mit nachtlich. Ach ja. Das Geisterob fliegelt die ganze Zeit halt einfach rum Das ist nicht mal da und mal nicht Das sind einfach eine Schlampe Mies wäre das einfach wenn der Geisterob direkt vor der scheiß Scheibe ist Was habe ich gesagt? Was kann das nochmal sein? We haben ein Revenant Shade Wir haben Gefriertemperaturen Geisterobuch, wir bräuchten Fingerabdrücke wir bräuchten ein Geisterorb Oder ein EMF5 Wir haben keine Fingerabdrücke und wir haben kein Geisterorb Also entweder geben wir das Risiko ein mit dem EMF5 oder wir gehen rein und Ich mach das Was? Ich am EMF5 habe ich einnehmen Hummelhummel auch damit einverstanden? Ja, warte, lass mich das da rein tragen Okay Ey, fummelfotze Das ist in Shade Ja Bereit? Ja 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 Wenn das jetzt nicht stimmt Was dann? Dann kriegt Chef für drei Tage Schrankdienst Nein Mhm Mhm Ah Danke Welcome back I've got some jobs ready for you Ich krieg keinen Schrankdienst So, durch Glück haben wir das dann doch noch geschafft Als ob mir ein Erfahrungspunkt fehlt bis Level 3 So Leute, ich mach Feierabend ja Mir fehlen sieben Okay Tobi mach Feierabend Wir machen alle Feierabend Zumindest in diesem Video Tschüss tschüss Das war toll